Pressetermin mit Til Schweiger. Der Schauspieler stellte seine Stiftung Til Schweiger Foundation vor, mit der der Schauspieler Kinder unterstützen will. Also wir haben ja, das hat jetzt noch nicht die Stiftung gemacht, das habe ich privat schon, sag ich mal, vorfinanziert, in der Schnakenburg-Allee wird, also das Aufnahmelager in Hamburg, das aus allen Nähten platzt, sind wir dabei, Räumlichkeiten anzumieten für Schulunterricht, für Sport, für Basteln, Theatergruppe und was auch immer an Projekten wir uns da noch ausdenken. Und Schulbücher haben wir auch schon, tausend Stück bestellt. Und dann, jetzt gehe ich eine Woche in Urlaub und dann geht es nach Osnabrück und da werden wir auch Räume, die leer stehen, umbauen für eine, sag ich mal, Schule. Weil das Wichtigste ist erstmal, neben der Traumabewältigung, für ein Flüchtlingskind oder überhaupt für ein Kind, ist die Sprache das ganz Wichtigste. Prominente Unterstützer sind Schauspieler Jan-Josef Liefers und Musiker Thomas D. Natürlich sehe ich Kinder in diesen Flüchtlingsboten und ich habe auch die Kinder in Syrien noch vor Augen, die zum Teil in einer Straße, so eine Geschichte, die spielen in einer Straße Fußball und eine Bombe schlägt ein und die Hälfte der Fußballmannschaft ist einfach nur noch ein Blutfleck. Das sind ja Bilder, die sich in diese Hirne einprägen. Und ich frage mich, was können wir als reicher Westen tun, um diese Bilder vielleicht verblassen zu lassen oder um einen Gegenentwurf zu bieten. Das ist eine Verantwortung, die ist politisch, die haben wir politisch. Da ist sicher viel Platz nach oben, aber auch als Mensch hat man die. In einer Zeit, wo sehr viel geredet wird, gehetzt und gestritten, war mein Bedürfnis etwas zu tun. Nicht auch einer zu sein, der nur redet, ich meine, das mache ich ja hauptberuflich, aber generell den Worten auch Taten folgen zu lassen. Und die Stiftung ist eine Möglichkeit, mich mit anderen zusammenzuschließen und mehr zu bewegen, als ich selbst bewegen kann. Bei so viel Enthusiasmus wird mit Sicherheit bald vielen bedürftigen Kindern geholfen.